Die Achillesferse der Vermögensteuer ist, dass die Erhebung für den Staat sehr teuer ist. Will man Vermögen erfassen und besteuern, so muss das gesamte Vermögen bewertet werden. Hallo, mein Name ist Ruben Rehr und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Steuerrecht. Was ist eine Vermögensteuer? Eine Vermögensteuer besteuert, wie der Name schon sagt, Vermögen. Es gab in Deutschland lange Zeit eine Vermögensteuer. Diese bewertete allerdings Immobilien und Unternehmen deutlich günstiger als anderes Vermögen. Eine solche Ungleichbehandlung von verschiedenen Vermögensarten war verfassungswidrig. Und da man sich auf keine neue Regelung einigen konnte, endete die Vermögensteuer recht unglamourös im Jahre 1996. Sie wird seitdem nicht mehr erhoben. Mit der Vermögensteuer kann man eine der drei Phasen, die zusammen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines steuerpflichtigen Ausmachens erfassen. Die drei Phasen sind Einkommen, Vermögen und Konsum oder salopp gesprochen bekommen, halten und verwenden. Eine Vermögensteuer ist daher beispielsweise von der Einkommensteuer, die Einkommen besteuert, und von der Umsatzsteuer, die bei der Verwendung von Vermögen anfällt, abzugrenzen. Bei der Einkommensteuer sind die Erträge des steuerpflichtigen Bemessungsgrundlage. Macht der Steuerpflichtige viel Gewinn, zahlt er viele Steuern. Macht er Verlust, zahlt er regelmäßig keine. Der Staat partizipiert also über die Einkommensteuer an dem Erfolg, aber auch an dem Misserfolg des Steuerpflichtigen. Bei der Vermögensteuer ist das anders. Denn bei der Vermögensteuer ist das Vermögen die Bemessungsgrundlage. Durch diesen Anknüpfungspunkt ist es unerheblich, ob der Steuerpflichtige Gewinne oder Verluste macht. Die Vermögensteuer wird immer fällig. Zwar ist die Vermögensteuer in der Regel so bemessen, dass sie aus den üblichen Erträgen des Vermögens auch gezahlt werden kann. Das muss jedoch nicht so sein. Das führt dann zu dem Effekt der sogenannten Substanzbesteuerung. In der Substanzbesteuerung kann der Steuerpflichtige die Steuerlast nicht mehr aus seinen Erträgen bestreiten, sondern muss die Steuern aus der Vermögenssubstanz begleichen. Er gerät also steuerbedingt in die roten Zahlen. Wie wirkt eine Vermögensteuer? In einer Niedrigzinsphase wirkt eine Vermögensteuer wie eine signifikante Steuererhöhung. Bei 2% Kapitalrendite schöpft eine einprozentige Vermögensteuer beispielsweise schon 50% vom Ertrag ab. Der Steuerpflichtige hat dann aber noch nicht Ertragssteuern gezahlt, die wiederum bis zu 45% betragen. In Krisenzeiten, in denen Erträge ausbleiben, führt die Vermögensteuer unweigerlich zu einer Substanzbesteuerung. Vermögenssubstanz in einer Krise über die Vermögensteuer aufzuzehren, erscheint kontraintuitiv. Denn wir erleben gerade einen Staat, der in der gegenwärtigen Covid-19-Krise versucht, durch verschiedene Maßnahmen wie Kurzarbeitergeld, die Corona-Soforthilfen, aber auch steuerliche Maßnahmen, die vorhandenen Wirtschaftsstrukturen zu schützen. Wenn man nun einerseits Steuerschulden stundet und die Mehrwertsteuer befristet absenkt, wäre es widersprüchlich, andererseits zugleich mit der Vermögensteuer die Hand aufzuhalten. Was würde eine Vermögensteuer bewirken? Zunächst würde eine Vermögensteuer zusätzliche Mittel in die Haushalte der Bundesländer spülen. Denn die Vermögensteuer steht nicht dem Bund, sondern den Ländern zu. Wie viel das ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Namentlich, wie setzt sich die Bemessungsgrundlage zusammen? Wie wird das Vermögen bewertet? Wie hoch ist der Steuersatz? Und welche Freibeträge gibt es? Dazu muss man Ausweicheffekte einkalkulieren. Da Steuerpflichtige womöglich Vermögen ins Ausland und Schulden ins Inland transferieren, um die Vermögensteuerlast zu umgehen. Das kann auch Konsequenzen für andere Steuerarten wie die Einkommenssteuer haben. Denn richtig strukturiert ist das ins Ausland transferierte Vermögen auch für die Ertragsbesteuerung verloren. Neben Steuereinnahmen stellen einige Befürworter auch Umverteilungseffekte in den Vordergrund. Vermögen ist bekanntlich ungleicher verteilt als Einkommen. Durch die Vermögensteuer soll der wachsenden Vermögenskonzentration entgegengewirkt werden. Will man Umverteilungseffekte erzielen, kommt man nicht um eine Substanzbesteuerung herum. Denn Ziel ist ja gerade, dass die mit viel Vermögen am Ende weniger Vermögen haben. Der Steuersatz muss entsprechend hoch angesetzt werden. Übersetzt in die Besteuerungspraxis heißt das, die Vermögensteuer übersteigt die erzielte Kapitalrendite, sodass der Steuerpflichtige die Differenz aus seinem bestehenden Vermögen aufwenden muss. Durch die Aufwendung aus der Vermögenssubstanz sinkt die Vermögenskonzentration und die Umverteilung wird erreicht. Als Kollateralschaden sinkt aber vermutlich auch die Motivation, Vermögen zu bilden, beispielsweise indem man sich unternehmerisch betätigt. Daneben gibt es noch andere Ziele. Es wird argumentiert, dass eine Vermögensteuer auch positive Lenkungswirkungen erzeugen kann. So kann der Steuerpflichtige motivierter sein, sein Geld schnell auszugeben, anstatt es anzusparen. Das steigert den Konsum und freut die Wirtschaft, aber auch den Staat. Denn er kann auf den Konsum Umsatzsteuer erheben. Der Steuerpflichtige kann aber auch motiviert sein, sein Vermögen in Anlagen mit besserer Rendite zu investieren, um die Vermögensteuer aus den laufenden Erträgen bestreiten zu können. Die Argumente haben beide etwas für sich, dürfen aber nicht absolut gesetzt werden. Konsumiert der Steuerpflichtige, ist dieser Konsum zeitlich nur vorgezogen. Irgendwann hätte er sein Erspartes sowieso verjubelt. Investiert der Steuerpflichtige hingegen in Anlagen mit höherer Rendite, trägt er auch ein höheres Risiko. Warum wäre die Einführung einer Vermögensteuer schwierig? Die Achillesferse der Vermögensteuer ist, dass die Erhebung für den Staat sehr teuer ist. Will man Vermögen erfassen und besteuern, so muss das gesamte Vermögen bewertet werden. Das ist zwar auch bei der Erbschaftssteuer der Fall, aber nur einmal jede Generation. Also etwa alle 30 Jahre. Bei der Vermögensteuer müsste hingegen eine jährliche Bewertung vorgenommen werden. Bei Geld und gehandelten Aktien ist das einfach. Doch wie sieht es mit Gegenständen aus, für die kein laufender Marktwert ermittelt wird? Man denke an Schmuck, Kunst oder Immobilien. Wie teuer die Steuererhebung durch zum Beispiel die Immobilienbewertung ist, ist umstritten. Manche Studien gehen von 10% des Ertrags aus, andere von 43%. Sicher ist jedoch, dass die Vermögensteuer pro eingenommenen Euro für den Staat deutlich teurer ist, als beispielsweise die Einkommenssteuer. Zusammengefasst. Unser Grundgesetz sieht die Möglichkeit vor, Vermögen zu besteuern. Das heißt aber noch nicht, dass es sinnvoll ist. Durch die hohen Erhebungskosten und negativen Wirkungen, insbesondere über eine etwaige Substanzbesteuerung, sprechen meiner Meinung nach viele Argumente gegen eine Vermögensteuer. Erhöhter staatlicher Finanzbedarf könnte viel einfacher über bestehende Steuerarten eingebracht werden, beispielsweise indem man weitere Tarifzonen in der Einkommenssteuer einführt oder den Einkommenssteuersatz in allen oder bestimmten Tarifzonen erhöht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017